Überraschung, Michael Wendler sein Instagram-Comeback Mit dieser Weihnachtsüberraschung hat wohl keiner gerechnet. Einst war Michael Wendler, 50, ein gefeierter Schlagerstar. Die Ehe mit seiner weitaus jüngeren Frau Laura Müller, 22, katapultierte ihn immer wieder in die Medien, doch dann machte er leider regelmäßig mit Verschwörungstheorien und kruden Behauptungen auf sich aufmerksam. Daraufhin wurde er von Instagram verbannt, doch nun ist Michael zurück auf Social Media. Aufmerksam wurden die meisten auf sein fulminantes Comeback wohl durch den Post seiner Ehefrau auf Instagram, sie repostierte den ersten Comeback-Beitrag ihres Liebsten und verkündete dazu, Michael Wendler ist auf Instagram. Und tatsächlich, unter der Michael Wendler findet man den Sänger nun wieder auf den sozialen Medien, und dann nur eine halbe Stunde nach einem Post konnte er schon 18.000 Fans anlockern. Sein erstes Bild war ein Foto vor dem Weihnachtsbaum, auf dem er Laura auf Händen trägt und mit ihr zusammen begeistert in die Kamera lacht. In den vergangenen Monaten mussten die Social Media-User aber trotzdem nicht komplett auf den Wendler verzichten, der ehemalige DSDS Jura war immer wieder auf dem Insta-Profil seiner Gattin Laura zu sehen. Zudem veröffentlichte die einstige Let's Dance-Kandidatin auch auf Onlyfans regelmäßig Pärchenfotos. Zudem veröffentlichte die einstige Let's Dance-Kandidatin-Fotos.